Hallo und willkommen bei Januar Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Wassermann für den Monat Oktober 2022. Ich habe dafür diese drei Tarot-Decks bereitgelegt und möchte mit euch gemeinsam schauen, was so die Wassermann-Geborenen im Monat Oktober erwarten könnte. Ich werde links für Wassermann legen, rechts für das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier den Partner darstellen, den potenziellen Partner, Ex-Partner, die Familie, Arbeitsumfeld, Freundeskreis, je nachdem, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, welches Thema, welches Feld euch am meisten wichtig ist. Versucht die Legung so ein bisschen auf eure Situation anzupassen. Sollten Königinnen, Könige, Pagen, Ritter rauskommen aus dem Kartendecks, kann für beide Geschlechter stehen. Und denkt bitte immer daran, es ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv gerichtet. Es kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen passen können. Wenn du das Gefühl haben solltest, nein, ich resoniere nicht mit der Legung, ich fühle das nicht, so fühle ich mich gar nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht deine Legung, nicht für dich bestimmt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich die Videos zum Mond-Venus-Astenentenzeichen anzuschauen. Manchmal findet man dort wertvolle Tipps oder einfach eine gute Ergänzung. So, jetzt starte ich mal und ziehe eine Karte für die Wassermann-Geborenen. Was ist jetzt hier das Thema? Was ist die Überschrift im Monat Oktober? Worum dreht sich das hier hauptsächlich? So, zwei der Münzen. Ich lege mal gleich mit dem anderen Deck weitere Karten aus und dann sage ich was dazu. Die erste Münzen, das Gericht, die Hohepriesterin und acht der Schwerter. So, erstmal hier zwei der Münzen. Hier haben wir auch eine erste Münzen, also zwei Münzkarten. Da geht es manchmal um Berufliches, aber es kann hier auch was Privates andeuten. Bei zwei der Münzen schwankt man hin und her, ja, und fragt sich, wo ist meine Priorität? Für was soll ich mich entscheiden? Ja, meistens steht hier auch eine Entscheidung an und das ist schwierig, weil zweite Münzen zeigt in der Regel, dass es hier schon länger so hin und her gibt, wo man wankelmütig ist. Ja, in welche Richtung soll man investieren? Wo soll man Kraft, Zeit, Geld reinstecken? So, was ist mir hier am wichtigsten? Weil wir hier auch die Gerichtskarte haben, könnte hier etwas Altes wiederkommen. Also, hier könnte ein Mensch wiederkommen, wo es schon früher so hin und her ging. So ein Auf und Ab, On und Off. Hier könnte auch eine alte Chance wiederkommen. Man könnte hier wieder eine bestimmte Arbeit, ein bestimmtes Hobby wieder aufnehmen. Und, ja, hier haben wir das Aste Münzen, ja, zeigt auch nochmal diese Gelegenheit an. Also, bei den Münzen geht es immer auch um langfristige Geschichten, die auch mit Verpflichtungen gekoppelt sind, die aber auch Langfristigkeit versprechen. Hier haben wir die Hohe Priesterin, ja. Hier ist irgendwas verdeckt, irgendwas versteckt. Könnte hier mit diesen Acht Schwertern zu tun haben. Ja, eine Acht der Schwerter ist so eine Gedankenkreiselkarte, ja, wo man echt zweifelt. So, also, wahrscheinlich in Verbindung mit diesen zwei Münzen geht es hier um eine Entscheidung, die aber sehr schwierig ist, weil man hat da doch große Zweifel und Ängste und befürchtet da vielleicht sich für das Falsche zu entscheiden. Ja, schauen wir mal weiter. Ich schiebe die Karten jetzt mal nach oben, so, genau. So, nach oben und ziehe weitere Karten, dann nehme ich später nochmal Bezug hier zu diesen Karten, ja. Ich ziehe jetzt mal eine Karte für die gemeinsame Energie, für Wassermann und sein Gegenüber. Ja, schon wieder die Hohe Priesterin. Irgendwas ist hier im Verborgenen, irgendwas wird nicht ausgesprochen. Bei der Hohen Priesterin geht es auch manchmal um Geheimnisse, die man voreinander hat. Ja, irgendwas ist nicht sichtbar und das macht wahrscheinlich die Entscheidung hier auch so schwierig. Ich lege jetzt mal hier weitere Karten aus, hier vier Karten für Wassermann und vier Karten für das Gegenüber und dann sehe ich, dass beides im Zusammenhang, in welcher Interaktion dieser Parteien hier zueinander stehen. So, acht der Schwerter, das ist die gleiche Karte wie hier, ja, nur ein anderes Deck, liegt bei dir, lieber Wassermann. Acht der Münzen, ja, schon wieder Münzen, also bei einigen geht es doch um was Berufliches, aber nicht bei allen. So, hier die Herrscherin, auf der anderen Seite sieben der Stäbe. Der Tod, fünf der Stäbe und drei der Schwerter. Ja, also wie gesagt, nochmal hier mit der Hohen Priesterin, die hier zweimal auftaucht, herrscht irgendwie Schweigen zwischen euch, ja. Da ist nicht so viel Kommunikation, habe ich den Eindruck. Es gibt auch viel Unausgesprochenes zwischen dir, lieber Wassermann, und deinem Gegenüber. Ja, du versuchst hier als Herrscherin die Kontrolle zu behalten, du bist, du versuchst hier in deiner Mitte zu bleiben. Ja, bist hier sehr autonom, sehr, sehr stark aufgestellt, weil hier die Herrscherin und auch die Hohe Priesterin auftauchen könnte, es bei einigen auch um Familienangelegenheiten gehen. Jedenfalls hier mit der Kraft und mit diesen acht Münzen bist du sehr pflichtbewusst, du machst da so deinen Alltag, deine Aufgaben, tust du abarbeiten, also alles hast du hier so geregelt im Griff, alles sehr geordnet. Und du versuchst hier auch die Kräfte sehr rational einzuteilen, dass du quasi nur da Kraft investierst, Energie reinsteckst, wo du sagst, das hat hier Hand und Fuß, das bringt mich weiter, das ist stabil und das passt auch zu meinen Vorhaben, zu meinen Absichten, das macht mich stark. Irgendwas ist hier aber mit acht der Schwerter, was dir Probleme bereitet, ja, was dir Sorgen bereitet. Hier bei einigen ist es auch, was gesundheitlich könnte hier sein im Oktober, dass sie halt etwas umsetzen möchten, aber weil da, ja, irgendwas auf der körperlichen Ebene Probleme bereitet, ist man da sozusagen aufgehalten, ja, kriegt nicht so die Kraft, das hinzubekommen, wie man das sonst gewohnt ist oder von sich selbst auch erwartet. Ja, acht der Schwerter, irgendwas bereitet dir Sorgen, das hat auch was mit einer Kommunikation zu tun mit deinem Gegenüber, weil die Kommunikation ist offensichtlich stark eingeschränkt, ja. Hier haben wir das Gegenüber mit diesen drei Schwertern, da ist jemand verletzt und enttäuscht, da muss auch irgendwann vorher ein Konflikt, ein Streit stattgefunden haben, wo ihr beide quasi auf euer Recht gepocht habt, ja, da war das Ego sehr stark, jeder wollte hier seinen Stiefel durchsetzen und möglich auch, dass derzeit so die Kommunikation schläft oder nur ganz eingeschränkt funktioniert, weil man möchte nicht nochmals streiten. Eigentlich ist es hier vonnöten, dass etwas ausgesprochen wird, dass hier geredet wird, aber es ist hier zumindest im Oktober nicht ersichtlich, dass ihr darüber zu einem Ergebnis kommt. Ich sehe hier auch das Gegenüber sehr angestrengt, die haben hier einfach mit sich selbst zu tun, ja. Hier eine starke Blockadekarte mit sieben der Stäben, hier auch fünf der Stäbe, so eine Chaoskarte. Also dein Gegenüber, lieber Wassermann, muss hier erstmal Ordnung in seine Sachen reinbringen. Die sind hier sehr aufgewühlt, sehr unruhig, haben hier auch sehr viele Verpflichtungen, sehr viel zu tun, vielleicht auch beruflich sehr eingespannt, mit der Familie sehr eingespannt. Ja, die müssen sich hier erstmal durchkämpfen durch einen Wulst aus Blockaden und Problemen im Außen. Ja, bei deinem Gegenüber steht hier auch eine Transformation an. Du hast es hier mit jemandem zu tun, der gerade auch innerlich in so einer Veränderung drin steckt. Die sind sehr hier mit sich selbst beschäftigt. Hier ist auch starke Skorpion-Energie. Einige haben es hier mit Skorpion-Menschen zu tun. Da ist sowieso Wassermann und Skorpion so eine, ja, verzwickte Kiste. Da hapert es sehr oft an der Kommunikation. Ja, also dein Gegenüber hat hier sehr viele Aufgaben abzuarbeiten, Entscheidungen zu fällen. Ja, die müssen hier erstmal Ruhe und Klarheit in ihr eigenes Leben reinbringen. Und, ja, hier sind noch irgendwelche Verletzungen aus der Kommunikation mit euch, wo die auch noch sozusagen, wo das auch noch immer wieder so hoch ploppt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier im Oktober zu einer Lösung kommt. Wenn ihr sowas wahrnehmen solltet, vielleicht ist es doch ratsamer, sich hier im Oktober zurückzuhalten, um hier nicht, ja, Öl ins Feuer zu gießen oder einen neuen Konflikt heraufzubeschwören. Ja, wir haben hier auch die Kraftkarte, steht hier auch so für dieses Zurückhalten. Manchmal, ja, liegt es einem schon auf der Zunge, man möchte da irgendwie was dazu sagen. Ähm, aber hier rät die Kraft dazu, Wassermann, ja, halt dich zurück, das bringt hier nichts, ja. Das würde ich hier noch mehr Streit entfachen. So, ich schaue mal, wie das hier weiterlaufen könnte. So. Fünf der Schwerter, ja, das ist halt dieser, dieser Konflikt, ja, der hier so irgendwie zwischen euch schwillt und schon früher auch passiert ist, ja. Man hat das Gefühl, okay, jedes Wort wird hier auf die Goldwaage gelegt. Man kommt relativ schnell sich da ins Gehege. Also, ich lege mal rasch hier links und rechts die Karten aus für Wassermann und das gegenüber und dann sage ich mehr dazu. Hier der Hierophant, der Wagen, König der Stäbe. Zweiter Stäbe, die Sonne, der Teufel. Und neun der Münzen. So, ich habe die Kameraeinstellung jetzt ein bisschen verändert, dass ihr hoffentlich alle Karten besser sehen könnt. Ja, wie geht es jetzt hier weiter? Ja, lieber Wassermann, hier als Königin der Kälte. Du bist hier viel zu sehr emotional nah dran, also zu nah dran. Die Gefühle spielen hier eine sehr große Rolle. Deswegen kommst du wahrscheinlich hier im Oktober in diese Acht-Schwerter-Thematik, dass du nicht so richtig aus der Haut raus kannst. Du kannst hier dich nicht so richtig entkoppeln aus der Situation. Gefühle spielen hier eine Rolle. Vielleicht seid ihr familiär verbunden oder ihr seid verheiratet. Also irgendwie seid ihr zu eng beieinander. Da spielen Gefühle eine sehr große Rolle. Was du allerdings sehr gut kannst, ist, dass du hier dich sehr klug verhältst, um diesen Konflikt hier, Fünf der Schwerter, um diesen schwellenden Konflikt irgendwie im Schach zu halten. Ja, du sagst hier, der Klügere gibt nach oder du hältst dich hier in gewissen Momenten zurück und wenn du schon merkst, oh je, jetzt kippt das Ganze wieder, dann, ja, versuchst du hier sehr weise, sehr reif zu reagieren. Ich sehe hier schon, dass du in Zukunft als König der Stäbe hier mit dem Wagen wieder auf dein Gegenüber zugehst, ja, du wirst wieder den Mut finden, die Kraft finden, hier mehr auf dein Gegenüber zuzugehen. Ja, ich sehe auch, dass das Gegenüber in der Zukunft da wieder klarer wird, stabiler wird, ja. Also hier haben wir im Oktober noch sehr viel Chaos beim Gegenüber, sehr viel Unruhe, wo ich gesagt hatte, halte ich da lieber ein bisschen zurück, halte ich da lieber bedeckt. Hier mit zwei der Stäbe wird das Gegenüber aufräumen und für sich quasi die Situation neu justieren. Ich habe allerdings den Eindruck, das Gegenüber braucht dich irgendwie, lieber Wassermann, weil du bist hier der König der Stäbe und der König der Stäbe könnte hier in der Situation sehr gut weiterhelfen. Dieser Mensch will hier in Zukunft irgendwas aufbauen, irgendwas umsetzen und wird dich hierfür brauchen, ja. Es ist allerdings so, dass auch in Zukunft immer wieder Gefahr besteht, dass ihr hier einander geratet. Dieser Mensch hier hat gewisse Tendenzen in bestimmten Situationen, wo zum Beispiel Druck entsteht, destruktiv zu reagieren, ja, sehr dominant aufzutreten und hier Forderungen zu stellen. Ich denke mal, diese Tendenz, diese Forderungen zu stellen, kommt daher, weil dieser Mensch euch irgendwie braucht. Da ist eine gewisse Abhängigkeit da. irgendwie kann dieser Mensch etwas Bestimmtes ohne euch nicht umsetzen und solange ihr hier mitmacht und aktiv seid als König der Stäbe, ist alles okay, aber wenn wieder ein Problem auftaucht, ihr hier aneinander geratet, kann dieser Mensch hier ganz anders, ja. Diese, diese destruktive Energie, dieser Druck kann erst verschwinden, wenn ihr endlich mal richtig miteinander gesprochen habt. Ganz ehrlich, ja, dass ihr euch gegenseitig auch entschuldigt beieinander und sagt, das habe ich hier falsch gemacht. Ich weiß, ich könnte das und das besser machen. Die Kommunikation ist hier einfach nicht so wirklich transparent. Da schwillt immer wieder etwas im Untergrund, ja, was diesen Menschen hier auch in bestimmten Situationen dazu bringt, hier wirklich seine dunkle Seite zu zeigen. Deswegen ist es langfristig auch besser, wenn dieser Mensch hier seinen eigenen Weg macht, ja, ähm, nicht zu nah herangehen, also einfach diesen Menschen hier machen lassen. Dieser Mensch muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, sich selbst da irgendwie durchzukämpfen, dann ist auch so die Gefahr gemindert, dass ihr hier aneinander geratet. Wie gesagt, das passiert immer nur dann, wenn dieser Mensch in irgendeine starke Abhängigkeit kommt, ja, es ist besser, wenn dieser Mensch hier sein Ding alleine macht und auch in Beziehungen ist hier vielleicht, ähm, ein gesundes Maß an Abstand und Nähe von Nöten. Ja. Wie gesagt, hier mit diesem ersten Münzen und zweiten Münzen, ähm, ja, taucht immer wieder so eine Gelegenheit oder ein Angebot auf, hier miteinander zusammenzuarbeiten, gemeinsam was aufzubauen, aber du lieber Wassermann, ähm, weißt darum, dass es hier immer wieder schwierig werden könnte. Also das ist jemand, den ihr wahrscheinlich sehr gerne habt, aber, ähm, irgendwie ist dieser Kontakt auch gleichzeitig anstrengend, ja, es ist irgendwie anstrengend. Es ist vielleicht ein Arbeitgeber, der ziemlich cool ist, ähm, der gut bezahlt, aber irgendwas hat dieser Mensch, was anstrengend ist, ja, besondere Anforderungen, extra Würstchen, extra Wünsche, also, hier ist sehr viel Ego auch dabei, ja, zuerst ich und dann die anderen, oder ich möchte mich treffen, aber erstmal habe ich die und die und die und die Termine, ich habe, äh, Mittwoch zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr eventuell Zeit für dich, also es ist irgendwie anstrengend und das ist etwas, was ihr, liebe Wassermanner, überhaupt nicht mögt, ja, weil ihr auch ein sehr großes Freiheitsbedürfnis habt, ihr seid auch manchmal spontan und flexibel und wenn das Gegenüber hier immer so, ja, so kompliziert auftritt, das, das nervt euch, ja, und dann entsteht sehr schnell so ein Konflikt. Ja. Schauen wir mal im November, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Oktober, ja, macht's gut, viel Erfolg, viel Liebe, viel Gesundheit. Tschüss.